Jo Leute, Willkommen zurück zu... Prey... Oh ne... 2017 Und ja... Die nervigen Viecher sind wieder da Technoparf Oh mann Wissen nicht auf wem ich... Ich hab so keine Lust auf dich Moment Schwächenelektrische Explosion Physisch EMP Hm Scan Machen wir das auch noch schnell Scan abgeschlossen Äh ja Weitere Proben benötigt Äh... Seine Schwächen sind Elektrisch EMP Explosion Glow Nahkampf Recycler Recycler also Oh dammit Äh wir sind nicht da Oh Alienforschung Fernmanipulation Nice Zwei Wir brauchen noch eins Moment Ich würde sagen Wir sparen uns Auf die Fernmanipulation Weil wegen Neue Zufähigkeit verfügbar Moment Was Was Möchte sie Ich möchte vieles Aber nichts von dir Hi Nein Nein Das ist dieses Vieh Ähm Wie kann das sein Ich war in deinem Menü Aber okay Okay So schwingen wir also Hm Wenn schon am Anfang so ist Dann Ja Puh Kann mich nicht heute nicht so sehr aufregen Weil Heißabtag Äh ja Schön dass es nominal ist Schnell aber Ja Hörst du mal auf? Schnell abgeschlossen Weitere Proben benötigt Dankeschön Dann scannen wir nochmal alle So Hoffentlich seht ihr uns nicht Scan abgeschlossen Okay Weitere Proben benötigt Schön Gut Äh wo ist der eine? Wow Dass er uns nicht gesehen hat Ist Wirklich überraschend Teifenköder Hm Ich weiß nicht Aber okay Gut Machen wir jetzt nochmal Gut Moment Stirb Äh Wegrennen Was? War das gerade ein Fail Oder so? Run Aber wohin? Zu ihnen Stopp Run Run Ich würde sagen Wir nehmen Stopp Stopp Habe ich gesagt Du bist du Du Mistvieh Warum kann ich dich einsetzen? Stopp Ey Mann Hm Ja Schlagt mich noch ein Ich bin eh schon tot Ich weiß was ich jetzt als nächstes mache 100% Ich werde diese Keine Ahnung Einsetzen Ja 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 Los 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 Schnell Aber Scan abgeschlossen Dankeschön Wenn das geht Könntest du Dort hinten machen Gut Nein Ich weiß es Stirb Run Okay Ähm Stirb jetzt Wieso kann ich nicht durch? Verdammt Äh Rausrennen Äh Verdammt Scan zeigt kein Wir nehmen uns diese Forschungs Dings Und dann Hören wir auf Äh Du hast uns nicht gesehen Täuscht du dich Schön dass da eine Forschung ist Aber Ich möchte erst mal Den anderen Roboter finden Den anderen Roboter finden Genau Diesen Roboter Was Man Oder wir gehen einfach raus Aber ich will die Fähigkeit haben Ich will wirklich die Fähigkeit haben Obwohl Moment mal Ich habe doch Diesen Nullwellentransmitter Aber erst mal das Aktivieren Einfach so Scan Abgeschlossen Dankeschön Weitere Proben benötigt Okay Eigentlich wäre es jetzt perfekt Moment Das aktivieren Und Jetzt müsstest du sterben Komm her Perfekt Und Eigentlich wäre noch Eine perfekte Sache Moment Die Glowkanone Hahaha Moment Noch einmal Den Nullwellentransmitter Stirb Nein Du sollst mich in Ruhe lassen Ey man Stirb Äh Wie zur Höhle habe ich das jetzt gemacht Ja klar Ja klar Obwohl da haben wir ja unsere Ruhe Wir beide alleine Ich wollte eigentlich nullwellentransmitter benutzen Kannst mich mal einsetzen Nichts Über Über Haupt Nichts Okay Dankeschön Hoffentlich geht das jetzt Äh Verladen Ich habe keine Muni Hehe Moment Juan Warte was Ich kann nichts einsetzen Was Können Sie mal aufhören damit Ich habe nichts Ich habe nichts Moment kann ich vielleicht ein Bier trinken Ich habe doch Bier Perfekt Perfekt Nur ich bin jetzt betrunken Moment Mein letzter Nullwellentransmitter Stirb Run Gut Gut Dann würde ich sagen Das schnell einsetzen Ganz schnell Äh was Was zur Hölle Warte was Warum Bist du hier Gut Jetzt müsstest du eigentlich sterben Run Run Nein Alter Du siehst uns nicht Nein 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 Aber das war knapp Ganz schön knappe Sache Jetzt weiß ich eigentlich jetzt nicht wie ich das machen soll Hm Recycler Ladung Roboter mitnehmen Damit die uns nicht stören Ähm Dann Ja Machen wir es mal Moment Komm Du gehst jetzt sterben Verdammt Noch einmal Da nach oben Ähm Ganz weit nach oben Ja Und dann hier noch einmal Egal Wir bekommen irgendwann doch eh noch die Sachen Und du Dort hinten Wirst erstmal mit einem Nullwellentransmitter Außer Gefecht gesetzt Äh Ja Nein So Toll Jetzt hab ich noch eins Schön Und jetzt Gehst du so sterben Und ich erledige ich so So nämlich Run So nämlich Erledige mir ihn Versuche ich nämlich Run Oh Mann Run Okay Haben wir noch Chancen Naja Ein Vieh weg Was Warum Ja gut Komm Hau ab Lass mich in Ruhe Dann nehmen wir die Nullwellentransmitter So Stirb Stirb Ähm Du sollst Sterben Dankeschön Haben's doch geschafft Aha Gute Arbeit Dankeschön Ja 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 Ich kann den Code patchen Sollte kein Problem sein Nehmen sie den Aufzug Wenn sie schnell die Hauptpacks Der Thanos 1 erreichen wollen Es gibt einen Stopp in der Lobby Und der Lebenserhaltung Wir haben's eigentlich geschafft Haha Da wollte ich eigentlich nicht hin Lobby Lebenserhaltung Raus Weil wegen Wir wollen ja noch weiter gehen Ähm Moment Was steht da Ich soll was versiegeln Dechifira Schlüssel Dann gehen wir runter Ha Warum nicht Warum nicht Obwohl wir haben ja Haben wir überhaupt noch Munition Ganz schön tief Ja Ist wirklich ganz schön tief Warte was Warte was Ah Dann eben hier Ähm Munition Ist mal Wow Gut Hehe Nicht genug Munition Aber Naja Weiter geht's Schädigen Bestätigen Warum nicht Wir können's halt Was steht hier Du betrittst Lebenserhaltung In der Lebenserhaltung befinden sich die meisten wichtigen Systeme der Thanos 1 Energieversorgung, Luftversorgung und Wasseraufbereitung Sollten eines dieser Systeme je versagen Wäre ein Katastrophe Vorprogrammiert Oh mein Gott Meine Aussprache Gut Warten Hm Ich frag mich was es jetzt ist Ist das genauso wie ein Garten Hoffentlich nicht Weil ich hab jetzt keine Lust mehr Auf so einen Garten Weil Naja diese fremdkontrollierende etwas Nervt mich schon gewalttätig Mehr als das gerade eben Aber gut Gehen wir zur Lebenserhaltung Hallo Drücke bitte X Oh dankeschön Oh Vitef Vitef Ähm Ich sag nur eins Memory Key Scand abgeflossen Eta Faktum Oh Moment mal Ich seh's gerade Forschung Äh Seine Schwäche ist Kuhstrahl Was ist ein Kuhstrahl Einfach hier durch Bitte Einfach durchgehen Dankeschön Bitte hier ist nichts Bitte tu mir einen Gefallen Wartungsschleise Ha Verdammt Ihr lasst mich in Ruhe Ich lasse euch in Ruhe Bitte Oh Eine Glowkanone Ähm Einfach nachladen Zur Sicherheit Mann Da will ich nicht durchgehen Und ich hab ja auch noch nicht genug Platz Ich muss unbedingt hier finden Also hier Fabrikator Moin ich kann vielleicht ganz lange Weg 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 Möchte kein Ansehen erregen Oder so Oh Bitte Was ist das Ähm Ja Oh Hörlöchen Bitte Hier ist ein Weg raus Mann Mensch Ich will nicht dorthin Moment Kann ich da durch Hallo Weiter gehen Einfach durchgehen Einfach durchgehen Verdammt Ähm Operator auch noch Oh Verwenden und Weg 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 gehen Einfach weg gehen Hallo Ich möchte nichts von dir Sie wollen in uns leben Wie eine Krankheit Genau Hallo Ähm Ich möchte nichts von dir Verwenden Oh Dankeschön Oh Dankeschön Ähm Okay Sie hätten im Frachtraum Stellung halten sollen Ich konnte nicht Chief Konnte diese Leute nicht Kommen Sie zu den Fluchtkapseln Negativ Fluchtkapseln defekt Als wären sie deaktiviert Nur vier von uns haben es zur Lebenserhaltung geschafft Ich sehe Remmer hinter Ihnen Negativ Remmer ist nicht mehr Remmer Chief Dieser Dinger Chief der Aufzug geht nicht Sind ausgesperrt Oh Gott Remmer Remmer ist hier Weg weg Teek Erika Oh verdammt Ähm Ja Wir sind das nicht Wir sind einfach so ein Typ Mit einer Deckung Und Oh Warum ist mir das nicht aufgefallen Oh Das ist sogar nett Moment Hier war noch einer Oh Ähm Können wir irgendwas wegschmeißen Oder rausnehmen Neuromods Moment Verwandeln Oh Nice Ja das heißt ich soll ein bisschen leiser reden Ähm Leute ich sag mal Bis gleich So Leute da bin ich wieder und Ja Ich soll ein bisschen leiser reden Die stelle mich ja wie immer Ach Ja Würde ich sag Nicht so Genau so Raus mit dir Und Das wollte ich nicht Verdammt Das treibt Plätze Puh ich gehe lieber hier in Deckung So Sicherheit Einfach so Moment Leute So hoffen wir mal dass wir ein bisschen Ruhe sind Und ich rede ein bisschen leiser weil Äh ja Meine Eltern Ihr habt es gehört Durch den Klopfen Und Ihr habt eigentlich Ja Hallo Ich mache eh noch sieben Minuten und Gut Vielleicht ist ich ein bisschen So leiser reden Jetzt Aber sonst Ja Raus mit dir Jetzt Zitronentorte Hm Gut Gucken wir mal was es hier gibt Moment Ähm Menü verbessern Ähm Wir nehmen lieber eine andere Waffe Effektive Reichweite Das nehmen wir mal Gut Und ich hoffe ich werde nicht gestört Und oh Der kommt ja früher als gedacht Oder auch nicht Äh Bolzenwerfer Ups Der hat uns ja fast entdeckt Wie komme ich da rein? Wo ist die Tür? Moment Die Tür ist Irgendwo Dort Ach da Verdammt Hehe Brauchen wir das ja nicht Gut dann Leicht dorthin gehen Hallöchen Ich hoffe du hast nichts gegen uns Oh verdammt Run Run Der hat uns was gesehen Einfach weg Einfach weg Alter Wie knapp war das denn? Essen Und Ersatzteile Und jetzt wieder weg So Oh oh Verdammt Hallo Munition Brauchte ich eigentlich mal Ich hätte nicht so viel verschwinden sollen Einfach weiter Verdammt Verdammt Kommt der jetzt? Hallo? Uh Verdammt In diesem Moment kommt der natürlich Ähm Haus mal ab Hallo Dankeschön Oh Trinks Nehmen wir uns doch da schnell mal Gut Dann trinken wir das mal Trinken Weil wegen Sie Oh Dammit Kann ich eigentlich Nice Okay beim nächsten mal Ist er tot Gut aber erstmal muss er kommen Ne Würde ich sagen er ist Jetzt tot Jetzt Dankeschön Jetzt bist du tot Ähm Nein L2 meine ich So Perfekt Du bist tot Haben dich erledigt Haha Oh Lieber durchs Feuer gehen Anstatt dorthin Wir Haben Wir haben ihn erledigt Nice Oh ne Irgendwo sind Strahlungen Oh 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 Ähm Nice Oh ich kann da durch Ich kann da durch Wie Inventar ist voll Ey das muss ich nehmen Das brauch ich sogar Lol Dann schmeißen wir die Sachen Was wir nur einmal haben Das brauchen wir nicht Und das nicht Gut Äh wie Inventar ist immer noch voll Dann ordnen wir es noch extra mal Gut Es ist jetzt Wie Inventar ist immer noch voll Sag mir nicht Es muss so sein Toll Jetzt haben wir keins Ja Dann eben so Dann Warte was Okay Neutraler Horizont Okay Dann Brauche ich nicht eigentlich Ein Fabrikator Und dann nehme ich mir alles mal mit Wieder mal Oh Neuromods Was wollen wir uns machen Ich schätze mal Wir machen Psy-Experte Ja Dann würde ich sagen Wie machen wir uns Den Recycler Und eine Schlag Kalibierung Einfach so Weil wir es können Dankeschön Das brauche ich auch Durchsuchen Nichts Äh ja Was für eine Öffnung Nö Jo Und hoffentlich können wir durch Ja Okay Leute Ich würde sagen Wie es dann weiter geht Was passiert Ob ich nochmal gestört werde Das werden wir dann im nächsten Part sehen Oder Hoffentlich werde ich nicht gestört So stellen wir das schnell mal Und dann war es das für die Folge So Gut Ähm Oh Stimmt ja Anzug Schwertpatronen Warte mal Das haben wir ja schon Okay Leute Ich würde sagen Wie es dann weiter geht Was wir im nächsten Mal machen Und so weiter Ob wir gestört werden Hoffentlich nicht Dann sehen wir dann im nächsten Part Ciao Leute Und so Untertitelung des ZDF, 2020